In diesem Unpacking-Video zeigen wir die Logitech Computermaus B100. Es handelt sich dabei um eine klassische Computermaus mit Kabel. Sollten Sie auch an Funk-Computermäusen interessiert sein, empfehlen wir unseren Produktvergleich. Wir haben den Link zum Produktvergleich verschiedener Funkmäuse unter diesem Video in die Videobeschreibung eingefügt. Viel Spaß beim Vergleichen! Vielen Dank!